Heute ist Tag 1 Uhr, Zeit 17,2. Heute war ich in einem Testlabor, ich wurde neu eingestuft und habe mir neue Daten angeeignet. Datensatz 537-240564537-243255537-248764-537-248764 Negative Negative Datum kann ich nicht zusammensetzen, Uhrzeit 19,30 Teragramm Zweite Wir haben heute den Terminalisierungsprozess abgeschlossen, Motorbinde-Größe als Message-Chain-Rückplagen-Stopp Datum Bezugsunbekannte Noch zwei Wochen bis zum Tag des jüngsten Gericht, ich schreibe Wahrungsprotokoll-Daten Name Rettelje XEASX 21 Ort 38 Grad 53 Minuten 51 Sekunden Nord 77 Grad 2 Minuten 12 Sekunden West Bezugsunbekannte